Medienbildung ist ein sehr wichtiges Thema in der heutigen Zeit und es ist auch ein großer Teil der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen. Die Digitalsbox nimmt mir wirklich sehr viel Recherche und Vorbereitungsarbeit ab und durch die Module ist auch schon sehr viel vorstrukturiert und man kann einfach loslegen. Ablaufplan, Arbeitsblätter, Videoeinspieler, es ist alles schon in der Box drin, ich muss also nichts vorbereiten und kann direkt loslegen. Die 40 Module sind inhaltlich sehr gut strukturiert und lassen sich auch methodisch sehr gut in den Unterricht integrieren, aber auch im Bereich der Schulsozialarbeit oder in verschiedenen AGs gut einsetzen. Begleitend zu den 25 Medienkompetenzmodulen gibt es auch 15 Module zur Gewaltprävention. Die Sozialtrainings und die Themen der Medienkompetenz lassen sich auch sehr gut miteinander kombinieren. Ich empfehle die Box allen, die medienpädagogisch an einer Grundschule arbeiten möchten. Meiner Meinung nach ist das wirklich ein sehr gelungenes Lernmaterial. Die Geschichten werden anhand von Tieren dargestellt, was sehr gut umgesetzt ist und auch sehr gut bei den Kindern ankommt.